Ich erzähle dir eine Gruselgeschichte in 3, 2, 1. Ich erzähle dir eine Gruselgeschichte in 3, 2. Ich hatte ein wahnsinnig gutes Feeling. Konnte es etwas Schöneres geben, als die Gewissheit Urlaub zu machen, abzuschalten und zu entspannen von all dem, was hinter mir lag? Und dann diese leicht gewundene Küstenstraße entlang zu fahren, links von mir immer grünes Irlandgras und rechts von mir die bewegte See. Und nichts, was mich in dieser Stimmung stören könnte. Oder doch? Etwas hatte ich vergessen. Mein Autotelefon. Ja, hier ist Dan Cross. Ich beantwarte keinerlei Fragen, nehme keine Aufträge entgegen und kaufe auch nichts. Ende. Aber Dan, Liebling, ich wollte doch nur mal hören, ob dir es gut geht. Ich fühle mich so einsam ohne dich. Verstehst du das nicht? Doch, mein Engel. Aber ein Blick auf meine Uhr sagt mir, dass ich noch keine 48 Stunden unterwegs bin und schon hältst du es nicht aus. Ach, Dan. In einer Stunde geht meine Maschine auf die Malediven und ich weiß doch nicht, ob ich dich von dort aus anrufen kann. Hauptsache, du bist nicht mehr böse, dass ich meine Trip so ganz alleine mache. Aber dieses Abschalten brauche ich dringend. Es war ein bisschen viel in letzter Zeit. Weißt du, woran ich gemerkt habe, dass du ganz auf Entspannung eingestellt bist? Nein, aber du wirst es mir bestimmt gleich sagen. Du hast das Sonnenkreuz der Inkas zu Hause gelassen, Dan. Na bitte, Kleines, da siehst du es doch. Oh, Dan, ich muss zum Flughafen. Pass auf dich auf. Ich hab dich lieb und denk an dich. Mach's gut. Ich hab dich auch sehr lieb, Ataxa. Auf Wiedersehen. Bis bald, Dan. Tja, so war sie, meine kleine Ataxa. Aber ich musste diese Reise wirklich alleine machen. Keine Frauen, keine Dämonen, aber vor allem keine Frauen. Meine Geschäfte hatte ich in den letzten Tagen ganz schön vernachlässigt. Ich war absolut nicht mehr auf dem neuesten Stand. Und deshalb stand die grüne Insel Irland auf dem Programm. Ein bisschen angeln, ein bisschen Whisky, viel relaxen und dann alle Ton- und Videobänder abhören und verarbeiten. In drei, vier Wochen zurück und wieder richtig einsteigen. Vor allem geschäftlich. Hey, was ist das denn? Ein heiliger Tramper. Das hab ich ja noch nie gesehen. An den werden wir aufgaben. Soweit ich in der Dunkelheit erkennen konnte, stand da ein Mönch. Die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Außer zwei seltsam leuchtenden Punkten konnte ich keine Gesichtszüge sehen. Ich hielt, öffnete das Seitenfenster. Na, Bruder, wo soll's denn hingehen? Hey! Der wird sich doch nicht in Luft aufgelöst haben? Seltsam. Nichts. Dann war's wohl doch der Baum hier. Komm, alter Junge, fahr weiter. Außerdem wird's langsam kühl hier. Ich setzte meinen Weg fort, da ich noch vor Einbruch der Dunkelheit ein Quartier für die Nacht finden wollte. Außerdem bekam ich plötzlich Hunger und von der Landschaft sah ich ohnehin nur noch Umrisse. Also Zeit für ein gemütliches Dach über dem Kopf. Ist ja schließlich Urlaub, sagte ich mir. Obwohl ich nicht mehr an den Zwischenfall mit dem Mönch dachte, spürte ich irgendetwas Bedrohliches. Vielleicht war es die Ruine, die ich im Vorbeifahren sah. Eine kleine Insel mit einer Ruine. Dann plötzlich ein Licht unweit von mir. Ich habe Sie kommen sehen, Sir. Schon vor einer ganzen Weile. Willkommen im Monks Inn. Monks Inn? Ein seltsamer Name für ein Gasthaus in dieser Abgeschiedenheit. Finden Sie nicht auch? Es hieß nie anders, Sir. Es ist über 600 Jahre alt. Und der Name hängt zusammen mit dem alten Kloster drüben an der Landzunge. Ein Kloster war das früher. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Sagen Sie, gibt es denn hier noch Mönche? Oh nein, Sir. Schon seit hunderten von Jahren nicht mehr. Wieso fragen Sie? Ach, nur Interesse halber. Ich habe nämlich gelesen, dass die Mönche in Irland zu den besten Whisky-Brennern zählen. Das kann schon sein, Sir. Apropos Whisky. Wie wäre es mit einem guten Schluck? Meiner kann sich nämlich auch sehen lassen. Nur sehen? Hoffentlich auch schmecken. Das ganz sicher, Sir. Slantje. Slantje. Zum Wohl. Donnerwetter. Sie haben nicht übertrieben. Ich muss weit zurückdenken, wann mir das letzte Mal ein so guter Tropfen untergekommen ist. Aber vielleicht ist Ihre Küche auch so gut wie Whisky. Ich habe nämlich Hunger zum Umfallen. Sie sind ein Glückskind, Sir. Herr, gerade heute habe ich Irish Stew zubereitet. Mit tagesfrischem Lamm. Gestern geschlachtet. Na, das klingt doch vielversprechend. Der Wirt verschwand in der Küche. Ich sah mich um. Viel konnte ich in dem schummrigen Licht nicht erkennen. Offenbar war ich der einzige Gast. So, Sir, Ihr Stew. Aber vorsichtig, es ist noch sehr heiß. Wenn Sie nichts dagegen haben, werde ich, während Sie essen, ein wenig hinter der Theke arbeiten. Irgendetwas mit der Bierleitung ist nicht in Ordnung. Lassen Sie es sich schmecken, Sir. Er ging hinter den Tresen und begann dort herum zu hantieren. Er hatte nicht übertrieben. Das Stew war ausgezeichnet. Während ich aß, bemerkte ich, dass er mich unablässig beobachtete. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass mit diesem Kerl etwas nicht stimmte. Seine Freundlichkeit schien aufgesetzt und dann diese Blicke. So lauernd. Aber worauf konnte er lauern? Sagen Sie, Herr Wirt, kann man bei Ihnen auch übernachten? Ich glaube, zur Weiterfahrt bin ich jetzt zu müde. Wenn ja, könnte ich auch noch einen schönen Schlummertrunk zu mir nehmen. Das wäre jetzt genau das Richtige. Aber sicher, Sir. Unter meinem Dach schlafen Sie sicher und tief. Hier, schenken Sie sich noch einen Whisky ein. Ich gehe inzwischen hoch und bereite Ihnen das Gästezimmer vor. Vier Pfund die Nacht mit Frühstück. Nur diese eine Nacht? Oder... Ich möchte mich morgen mal in diesem Kloster umschauen. Dann sehe ich weiter. Jetzt kam mir wieder der Mönch in den Sinn. Ein verfallenes Kloster. Das Gasthaus mit dem Namen Monks in Monk. Der Mönch. Der Wirt. Wohl Einbildung. Obwohl, ich hatte das Gefühl. Aber nein. Wer sollte dich denn hier schon erwarten? Ich nahm noch einen kräftigen Schluck aus der Flasche und ging dann zum Wagen, um noch einige Sachen aufs Zimmer zu bringen. Auf dem Rückweg traf ich den Wirt, verabschiedete mich von ihm, ging auf mein Zimmer und schloss hinter mir ab. Ich war sehr müde, dennoch unruhig. Ich schob noch eine Videokassette in meinen Rekorder und legte mich auf mein Bett. Es dauerte nicht lange und ich war eingenickt. Vom Rauschen der abgelaufenen Kassette wachte ich auf und erschrak. Neben dem Bett stand ein junges Mädchen. Ein verdammt hübsches. Vielleicht die Tochter vom Wirt? Oder wieder ein Hirngespinst? Oh, nicht schon wieder. Junge Frau, was kann ich für Sie tun? Oder besser gefragt, wie kommen Sie eigentlich hier rein? Wenn ich mich recht erinnere, habe ich die Tür fest hinter mir verschlossen, oder etwa nicht? Guten Abend, Dan Cross. Entschuldigen Sie die späte Störung, aber ich muss Sie ganz dringend sprechen. Na, ich will nicht unhöflich sein, aber Sie müssen doch zugeben, dass Ihr Verhalten schon etwas merkwürdig ist. Naja, also schießen Sie los. Mein Name ist Eliza, Mr. Cross. Ich wusste, dass Sie kommen werden. Alle wissen es. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich mit Ihnen sprechen kann. Sie sollten morgen die Klosterruine aufsuchen. Es könnte sehr interessant für Sie und Ihre Arbeit sein. Und bitte bleiben Sie noch ein paar Tage hier. Es ist so wichtig für mich und für uns alle hier. Ich habe Urlaub, kleines Fräulein. Und wenn Sie Marilyn Monroe wären, ich habe Urlaub. Ich werde mich morgen früh nach einem ausgiebigen irischen Frühstück in meinen Ästen setzen und weiter die Küste hinunterfahren. Mr. Cross, ich weiß ganz genau, dass Sie bleiben werden. So sicher, wie wir beide uns wiedersehen werden. Sagen Sie, haben Sie mir nicht zugehört? Sie war verschwunden. Wie der Mönch. Aber woher wusste sie, dass ich zum Kloster wollte? Was wusste sie über mich? Wer waren alle? Ich beschloss erst einmal zu schlafen und morgen früh weiterzusehen. Die Straße wurde immer enger. Ich sage keinen Ausblick. Ich sage keinen Ausblick. Ich sage keinen Ausblick. Mr. Cross. Jetzt rief er meinen Namen. Mr. Cross. Bleiben Sie durchstehen, Mr. Cross. Bleiben Sie durchstehen, Mr. Cross. Mr. Cross. Bleiben Sie durchstehen, Mr. Cross. Mr. Cross. Aufstehen. Das Frühstück ist fertig, Mr. Cross. Wer rutscht mir denn da in meinen Traum rein? Ja, ich bin wach. Ich komme. War das ein verrückter Traum gewesen. Ich wusste gar nicht mehr, wie das alles angefangen hatte. Auf jeden Fall war ich wach. Na, Mr. Cross, gut geschlafen. Frühstück so in Ordnung? Ja, vielen Dank. Alles bestens. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Ich werde mich jetzt mal auf den Weg machen und das Kloster in näheren Augenschein nehmen. Seien Sie aber vorsichtig, Mr. Cross. Es könnte nicht ungefährlich werden. Ach, mir passiert schon nichts. Ich habe gelernt aufzupassen und keine unnötigen Risiken einzugehen, wissen Sie? Seine Sorge um mich gefiel mir nicht. Das schien mir einst zu aufgesetzt. Ich ging zum Auto, zog mir die Gummistiefel an, nahm die Taschenlampe und musste plötzlich an mein Amulett denken. Das Inka-Kreuz, das mich schon vor so viel Unheil bewahrte. Ich ging zurück zum Gasthaus. Ich bin zum Mittagessen wieder zurück. Hoffentlich gibt es was Kräftiges. Lammgeule hatte ich vorgesehen. Das dürfen Sie mir allerdings jetzt noch nicht sagen. Da gehe ich ja gar nicht erst los. Da bleibe ich doch gleich hier, bis das Mittagessen fertig ist. Aber Spaß beiseite, gegen 13 Uhr bin ich wieder hier. Jetzt ist es neun. Wissen Sie, dass Sie bis 13 Uhr das ganze Kloster auf den Kopf gestellt haben können? Wissen Sie, wenn ich mir mal etwas anschaue, dann tue ich das sehr, sehr gründlich. Also dann bis später. Viel Glück, Sir. Danke, vielleicht kann ich es gebrauchen. Ich marschierte los, die Straße hinunter auf die Landzunge zu. Nach etwa 15 Minuten erreichte ich das Ufer und fand das Boot, mit dem ich zur Insel übersetzen konnte. Jetzt sah ich die Ruine aus der Nähe. Viel war von dem Kloster nicht mehr übrig geblieben. Ein halb zerfallener Glockenturm, Mauerreste einer alten Kapelle, verkohltes Holz und zersplittertes Gebälk, offensichtlich von Wind und Wetter zerstört. Dann sah ich den Altar oder besser das, was von ihm übrig war. Eins machte mich stutzig. Die Platte des Altars war fein säuberlich durchtrennt, keinerlei Absplitterung an den Kanten, wie von einem Laserstrahl getrennt. Ich lief um den Altar herum, um die Rückseite zu untersuchen. Der Boden unter mir klang anders. Hohl. Ich trat fest mit dem Fuß auf und tatsächlich ein dumpfer Nachklang. Hier muss irgendwo eine Faltwür sein. Ein Eingang. Ich räumte Schutt und Steine zur Seite und fand dann schließlich, wonach ich suchte. Eine Doppeltür. In das Holz war ein Kopf eingelassen, die Nachbildung eines seltsamen Wesens. Durch das Maul dieses Kopfes war ein schwerer Eisenring gezogen. Mit aller Kraft zog ich an dem Ring, schließlich lag der Eingang offen vor mir. Eine Treppe aus Stein führte ins Innere. Es mochten vielleicht 60 Stufen sein, die da hinabführten. Selbst der starke Strahl meiner Lampe mir wurde unheimlich. Vorsichtig tastete ich mich Stufe für Stufe nach unten ins unbekannte Dunkel. Ich gelangte in einen kleinen Raum. Dahinter ein langer Gang. Ich leuchtete die Wände ab, um vielleicht Inschriften entdecken zu können, ein eisiger Schrecken durchfuhr mich. Keine Inschrift. Aber das ist ja ein Kruzifix. Ein steinernes Kruzifix. Es steht auf dem Kopf. Es ist nicht verrutscht. Es kann ja gar nicht verrutschen. Es ist gar nicht befestigt an der Wand. Es ist ja direkt aus dem Stein gehauen. Verkehrt rum. Ein Teufelssymbol. Ein Teufelssymbol. Wo ist mein Amulett? Oh Gott, das ist ja im Tresor zu Hause. Also, wenn es das ist, was ich denke, dann ist meine Position nicht gerade aus sich. Wenn es so ist, dann deutet alles darauf hin, dass dieses Kloster sich in den Händen von Teufelsdienern befindet. Und ohne mein Amulett bin ich machtlos gegen die Angriffe der Dämonen. Ich beherrsche ja ein paar sehr ordentliche Beschwörungsformen, aber die greifen nicht. Die drängen nur zurück. Aber wissen möchte ich schon, mit wem ich es hier zu tun habe. Komm denn, locker, auch wenn dich das alles hier ein bisschen geschockt hat. Ich war mir der Gefahr, der ich mich ab sofort aussetzte, sehr bewusst. Jeder weitere Schritt ohne Schutz könnte meinen Tod bedeuten. Vielleicht lauerten diese Untoten schon hinter der nächsten Ecke. Also mit Sing-Sang um die Biegung. Ich stimmte eine Dämonenbeschwörung an, die sie erst einmal zurückhalten würde. So ging ich den Gang weiter. Langsam, tastend, höchst angespannt und auf jedes Geräusch achtend. Hier unten rührt sich aber auch gar nichts. Ah, der Gang gabelt sich. Da brauchen wir erst mal rechts gucken. Was heißt hier Gang? Ist der da kein Gang? Ist ein kleiner Raum. Und da hinten eine riesen Holztür, aber keine normale. kein Zugring, keine Klinke, nichts, nur diese Schnitzereien. zwölf Felder, gleich groß wie die zwölf Apostel. Aber zu sehen sind sie nicht. Ganz sicher nicht. Aber diese Scheußlichkeiten in den einzelnen Darstellungen, eigentlich sind mir diese Dinge nicht neu. Sie beweisen mir nur, dass hinter dieser Tür etwas für Dämonen unendlich Wichtiges sein muss. Was kann das sein? Also ich weiß, Türen ohne Schlösser und Klinken, die haben doch immer einen Geheimmechanismus, durch den sie zu öffnen sind. Dann wollen wir doch mal sehen. Ausgesparte Stellen, herausgeschmutzte Teile. Wusste ich's doch. Es knirscht. Hier das Horn dieses menschengesichtigen Einhorns. Noch mal zu drücken. Sie gibt noch. Sie dreht sich über die mittlere Achse. Aber das geht mir etwas zu leicht. Erst mal vor außen schauen, ob hier nicht irgendein Schutz gegen Eindringlinge eingebaut ist. Solche Räume sind mehrfach gesichert, reine Erfahrungswerte. Und im gleichen Moment entdeckte ich im Rahmen der Tür eine dünne Eisenstange. Sie ragte so weit heraus, dass jeder, der unachtsam hier hineinging, sie berühren musste. Jeder Muskel meines Körpers war aufs Äußerste angespannt. Ich wusste ja nicht, was sich diese Teufelsbrut hat einfallen lassen. Aber ich musste es riskieren. Ich ging fünf Schritte zurück, nahm meine Wetterjacke und warf sie aus dieser scheinbar sicheren Entfernung gegen die dünne Eisenstange. Ich konnte mich gerade noch auf den Boden werfen und an die Wand pressen, als von scheinbar überall her lange Speere in den Gang schossen. Der ganze Gang war von Speeren gespickt. Hey, da habe ich nur Glück gehabt. Keiner getroffen. Welcher Eindringling legt sich auch schon vorher hin? Glück muss der Mensch haben. Aber wie komme ich jetzt da hinten rein? Na ja gut. Anwollen wir mal griffen. Wir spielen aber auch irgendetwas. Na bitte. Es ist schön, wenn man wieder aufrecht stehen kann. Was ist das? Ein Tisch. Sonst nichts. Nur ein Tisch. Und eine Truhe. Eine Eisentruhe. Kein Schloss dran. Die waren sich ja ganz schön sicher, dass hier keiner reinkommt. Aber jetzt bin ich da. Bisher ging ja alles nochmal gut. Ich wollte keine Unachtsamkeit begehen. Ich zog eine Lanze aus dem Boden und begann aus sicherer Entfernung den Deckel der Truhe anzuheben. Na dann wollen wir uns diese Truhe mal näher anschauen. Ein Buch. Nur ein Buch. Gar nicht so leicht. Oh Gott, was ist mit meiner Lampe los? Die Batterien. Bin ich schon so lange hier? Nichts will raus hier. In dem Dunkeln? Ich weiß nicht. Beim Klettern durch die Speere holte ich mir bestimmt dutzende blaue Flecken, so schnell turnte ich in Rekordzeit durch das Hindernis. Und dann hatte ich auch schon die Treppe erreicht und war ins Freie gelangt. Ich machte mich auf den Weg zurück ins Gasthaus. Das ist ein Buch. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das Essen ist längst kalt. Ich habe Sie schon vor drei Stunden zurückerwartet. Sie scherzen, mein Bester. Sie neigen wohl auch etwas zur Übertreibung. Beileibe nichts, Herr. Es ist vier Uhr. Und Sie wollten um 13 Uhr zurück sein. Was? So lange war ich weg? Kein Wunder, dass meine Lampe den Geist aufgegeben hat. Sagen Sie, gibt es hier in der Gegend einen Laden, in dem ich Batterien kaufen kann? Ja, der alte Cedric in Goldfinish. Der könnte sowas haben. Der hat eigentlich alles. Ich wollte nach dem Essen sowieso dorthin fahren. Aber es konnte ja keiner ahnen, dass Sie so lange auf der Insel bleiben. Übrigens war es interessant für Sie, Sir. Sie waren doch bestimmt nicht ohne Grund so lange drüben im Kloster. Ich möchte sagen, es war nicht uninteressant. Möchten Sie jetzt etwas essen, Sir? Nein, danke. Vielleicht eine Tasse Tee. Es ist doch jetzt die Zeit oder nur bei den englischen Freunden. Ganz sicher nicht. Also, ich fahre dann los, Sir. Gegen Abend bin ich wieder da. Ich hoffe, es stört Sie niemand. Wieso lacht der denn so? Und wer sollte mich denn stören? Merkwürdiger Typ. Naja, dann wollen wir erst mal aufs Zimmer gehen. Ich müsste doch mal knacken, was in diesem Buch steht. Was ist das für eine Sprache? Vielleicht kann mir mein Kombirekorder helfen. Dieser kleine eingebaute Computer könnte jetzt genau das Richtige sein. Immerhin habe ich zwölf Sprachen gespeichert. Mal sehen, ob er das rauskriegt. Aber jetzt erst mal runter mit diesen Gummistiefeln. Und dann nichts wie aufs Bett. Hey, da sitzt ja schon jemand. Guten Abend, Dan Cross. Haben Sie auf der Insel gefunden, was Sie gesucht haben? Mein liebes Kind, gefunden habe ich schon was. Aber ohne danach gesucht zu haben. So was soll ja schon öfter vorgekommen sein. Sie habe ich ja auch gefunden, ohne zu suchen. Nur, dass Sie so schnell verschwunden waren, finde ich eigentlich unfair. Was ist bitte daran unfair, Mr. Cross? Na hören Sie mal, da fragen Sie noch. Okay. Ich gebe zu, dass ich nach Irland gekommen bin, weil ich gewisse Dinge satt hatte. Aber blind bin ich ja auch nicht geworden in der kurzen Zeit. Sie sind so ziemlich das hübscheste Mädel, das mir die letzten Jahre begegnet ist. Und so was lasse ich doch nicht spurlos an mir vorübergehen. Ich gebe zu, Hunger habe ich nicht im geringsten, aber einen Wahnsinnsappetit. Aber, Mr. Cross, wie schauen Sie mich denn auf einmal an? Mit anderen Augen als das letzte Mal und vorsichtig. Mein Appetit wächst von Sekunde zu Sekunde. Können Sie das vielleicht auf später verlegen? Es ist jetzt keine Zeit mehr für solche Späße. O'Brien kommt bald wieder zurück. Und bis dahin müssen Sie wissen, worum es geht. Ich habe Sie alleine in das Kloster gehen lassen, damit Sie sich alles selbst ansehen. Sie haben das entweite Kreuz gesehen und all die anderen Anzeichen für den Teufelskult. Sag mal, Eliza, du hast das alles gewusst und lässt mich da einfach reinlaufen? Ich hatte einige Probleme da drüben. Das hätte leicht ins Auge gehen können. Nicht gerade fair. Sie wiederholen sich, Mr. Cross. Aber ich musste mich davon überzeugen, ob Sie wirklich noch der sind, als den man Sie kennt. Dan Cross, der Dämonenjäger. Sie werden mir unheimlich, Miss. Woher wissen Sie das mit dem... Ich weiß es. Und das ist für mich wichtig. Dass Sie sogar das Buch gefunden haben, grenzt nahezu an ein Wunder. Eliza, jetzt sagen Sie mir endlich, was hier gespielt wird. Hier ist doch irgendetwas faul. Das spüre ich doch. Lassen Sie mich erzählen. Vor Jahrhunderten lebte hier in der Gegend der Ritter Sir Cedric O'Malley. Er war ein so abgrundtief böser Mensch, dass ihn seinen Clan ausgestoßen und in diesen Landstrich verbannt hat. Und auch hier verbreitete er Angst und Schrecken und gab sich mit einer Horde zügelloser Gesellen, die ihm bei seinen Mordbrennereien halfen. Weil der schwarze Cedric kein Schloss, keine Burg hatte, überfielen sie eines Tages das Kloster am Ende der Landzunge. Sie metzelten die Mönche nieder und weihten an diesem Tage das Kloster dem Teufel. In den Kutten der Mönche begingen sie ihre schwarzen Messen. Nach ihren Raubzügen feierten sie Gelage, bei denen sogar der Teufel persönlich anwesend gewesen sein soll. Ich habe aber da drüben nichts entdecken können, was auf die Mönche hindeutete. Dann waren sie nicht in der Grabkammer? Nein, ich kam nur bis in den Raum mit dem Buch. Und das hat mir ehrlich gesagt schon gereicht. Dann hören Sie bitte weiter, Dan. Fast so lange wie das Kloster gibt es auch dieses Gasthaus, Monks Inn. Alle Wirte mussten den Teufelsmönchen dienen. Oft mischten sich die Mönche auch unter die Gäste und verbreiteten Angst und Entsetzen. Nur einmal, man schrieb das Jahr 1184, trieben sie ihr Spiel hier im Gasthaus zu weit. Ein Händler kam hier mit seiner Familie vorbei. Die Mönche saßen auch im Monks Inn und fanden Gefallen an der 17-jährigen Tochter. In der Nacht, als alle schliefen, kamen sie zurück, erschlugen den Händler und seine Frau, erwürgten seinen Sohn und schleppten das Mädchen mit sich ins Kloster. Und in der schrecklichsten schwarzen Messe, die sie je zelebriert hatten, wurde dieses Mädchen dem Teufel geopfert. Der schwarze Cedric, der die Funktion des Hohepriesters innehatte, schändete die Jungfrau auf dem Altar und erstach sie dann. In der gleichen Nacht noch zog ein Gewitter auf, eine Naturkatastrophe gleich, und ein gewaltiger Blitz, der aus den Wolken zur Erde hinunterstieß, schlug in den Opferaltar ein. Sie müssen ihn gesehen haben, denn... Und ich habe mich gewundert, wer diesen Altar so sauber durchgetrennt hat. Aber erzählen Sie weiter, Elisa. Das war doch bestimmt noch nicht alles. Nein, denn in der gleichen Nacht, als dieses Gewitter losbrach, tobte auch die See um die Landzunge, wie nie zuvor. Und als die Mönche nach dieser Nacht das Kloster verlassen wollten, stellten sie fest, dass die See sie in dieser Nacht vom Land getrennt hatte. Das Kloster stand auf einer Insel, so, als hätte das Festland die Insel mit dem Kloster von sich gespuckt. Nun erkannten die Mönche, dass hier die Gottesmacht endlich ihren Zorn zum Ausdruck gebracht hatte. Und da sie keine Vorräte gesammelt hatten, sondern immer vom Gasthaus versorgt wurden, kamen sie in Bedrängnis. Wann immer ein Teufelsmönch versuchte, von der Insel das Land zu erreichen, kam ein Sturm auf, und die See verschlang ihn. Sie verhungerten. Die toten Mönche des Teufels wurden von den Überlebenden in einer Gruft beigesetzt, so, dass bald alle dort unten versammelt waren. Der letzte Mönch war der schwarze Cedric. Er war die Inkarnation des Bösen. Ihm erschien in seiner letzten Nacht der Satan, und der schwarze selbst schrieb ihm die Formel der Auferstehung in das Buch, das ihr hier seht. Der Satan hatte nicht die Macht, alle zum Leben zu erwecken, aber er konnte sie zu Untoten machen. Und so schrieb er in das Buch der satanischen Auferstehung, alle hundert Jahre wird das Wasser, das euch getötet hat, weichen. Dann könnt ihr zum Land zurück und wieder euer Unwesen treiben, aber ihr vermögt es nur unter der Führung des schwarzen Cedric. Ihn kann ich nicht zum Untoten machen, er wird im Tode ruhen. In eurer Macht aber steht es, ihn zum Leben zu erwecken. Sieben Tage lang müsst ihr opfern, und sieben Tage lang müsst ihr ihm irdisches Leben einflößen. Am siebten Tag, alle hundert Jahre, weicht das Wasser, und Cedric kann von euch zum Leben erweckt ans Land gehen. Dann könnt ihr das Böse über die Welt verbreiten, in meinem Satans Namen. Das heißt also, die Mönche sind Untote. Nur der Ritter ist wirklich tot. Aber sie können ihn erwecken. Sag mal, Elisa, wann sind denn die neuerlichen hundert Jahre vorbei? Vor sechs Tagen hat der Sieben-Tage-Ritus begonnen. Sechs Opfer haben sie schon gebracht, die Teufelsmönche. Das letzte war ein Lamm, dessen Blut in das Visier von Cedric, der sich in ihrer Mitte in der Gruft zum Sterben niedergelegt hat, geträufelt wurde. Vorher haben sie schon Blut eines Schweines, eines Hahnes, eines Ziegenbocks und einer neugeborenen Katze über dem Visier vergossen. Gestern Nacht das Blut des Lams, und heute Nacht muss es das eines Menschen sein. Sag mal, Elisa, wie kommen Sie an Ihre Opfer? Durch den jeweiligen Wirt des Gasthauses. Da fällt mir ein, gestern gab es Lamm. Daher weht also der Wind. Dann ist er nicht ins nächste Dorf gefahren, unser Herr Wirt, sondern hat übergesetzt zur Insel, um den Meistern das Blut des Lammes zu bringen. Nein, das hat er schon in der vergangenen Nacht hinübergebracht. Dann müsste ja heute Nacht das Wasser ganz zurückweichen. Ja denn, aber nur für die Länge einer Geisterstunde. Und bis dahin muss alles erledigt sein. Sonst kehrt das Wasser zurück und macht alles zunichte, wie in den vergangenen Zeiten. Sie haben es nie geschafft, aber diesmal scheint es zu gelingen, denn noch nie waren sie bis zum sechsten Opfer dem Lammblut gekommen. Das muss ich verhindern, Elisa. Aber ich bin ohne Dämonenbanner hierher gekommen. Mein Inka-Kreuz ist zu Hause. Sie werden versuchen, mich zu töten. Trotzdem werde ich es wagen, den Teufelsmönchen entgegenzutreten. Ich werde dir helfen, denn schließ deine Augen und rufe dir das Bild deines Inka-Kreuzes in die Gedanken. Ich sehe es deutlich vor mir, Elisa. Gut. Und jetzt, Dan, Knie nieder, strecke deine Hand aus und atme nicht mehr, bis mein Gesang verstummt ist. Wenn du vorher atmest, machst du alles zunichte. Das ist das Bild. Was ist das? Mein Inka-Kreuz. Und wo ist Eliza? Sir, Mr. Cross, sind Sie wach? Ich bin zurück. Es ist Zeit für das Abendessen. Und Ihre Batterien habe ich auch. Schon gut. Ich bin wach. Ich komme hinunter. O'Brien? O'Brien? Er ist weg. Das Essen auf dem Tisch, aber er ist weg. Was ist das denn? Ein Zettel? Mr. Cross, ich habe etwas Wichtiges im Dorf vergessen. Ich werde gegen Mitternacht zurück sein, O'Brien. Das ist es also. Oh Gott, ich muss auf die Insel rüber. Das Boot ist weg. Da drüben. Ich kann es sehen. Er ist mit dem Boot hinüber gefahren. Aber wie komme ich jetzt auf die Insel? Und was, als das Wasser ist so zurückgewichen? Vielleicht schaffe ich es zu Fuß. Die Stiefel sind hoch genug. Ich muss es versuchen. Geschafft. So, und jetzt zur Glaubkammer. Die Falltür ist offen. Beide Seiten der Tür waren weit geöffnet. Stufe für Stufe stieg ich in die Dunkelheit hinab. Als ich die fünfte Stufe berührte, spürte ich die Gefahr. Instinktiv warf ich mich zur Seite. Keine Sekunde zu früh. Eine schwere Eisenstange sauste an mir vorbei und erwischte mich am linken Bein. Dann hörte ich einen Körper die Treppen hinunterstürzen. Mit einem gurgelnden Schrei schlug er am Ende der Treppe auf. Ich leuchtete. Dort unten lag O'Brien und schaute zu mir hinauf. Die Wucht des verfehlten Schlages mit der Stange nach mir hatte ihn hinuntergerissen. So ist das also. Ich soll das Menschenopfer sein, das den schwarzen Cedric endgültig zum Leben erwecken soll. Ihr habt gewusst, dass ich kommen würde. Und dass ich ohne mein Inka-Kreuz kommen würde. Ich muss zum Altar. Du wirst mich nie wehkommen. Dan, ich bin bei dir. Schnell zum Altar. Sie opfern O'Brien statt deiner. Elisa, wo kommst du denn her? Nein! Ihr Teufel! Nicht mich! Ich habe euch doch den Kross gebracht! Dan! Komm schnell! Zur Ruft! Ich weiß, wo es in die Ruft geht. Dort vorne, links! Mein Gott! Armer O'Brien! Sie haben ihm den Hals aufgerissen und sein Blut schon genommen. Schau! Der Mönch beugt sich schon über den Ritter und träufelt das Blut ins Visier. Sie haben ihr teufelsches Werk vollbracht. Dan! Ich muss dich jetzt verlassen. Ich kann nicht mit dir da hineingehen. Erleisa! Bleib hier! Ich kann nicht! Dann sahen mich die Teufelsmönche. Vorher waren sie durch das Ritual wie in Trance gewesen. Mit ohrenbetäubendem Geschrei stürzten sie auf mich zu. In ihrer kalten Wut waren ihre untoten Gesichter zu Fratzen verzerrt und ihre Augen glühten wie Höllenfeuer. Ich riss das Inka-Kreuz von meinem Hals und streckte es ihnen entgegen. Was dann geschah, war ein einziges Inferno. Von den Strahlen des Kreuzes getroffen zerbarsten ihre untoten Körper und zersplitterten auf der Treppe. Sie zerfallen. Die Körper zerfallen und hinterlassen nur noch ihre Umrisse auf der Treppe. Sie sind hier. Aber was ist mit dem Ritter? Der Tisch ist leer. Da! An der Treppe steht ihr und schaut zu mir nach oben. Diesmal haben die finsteren Mächte die Oberhand behalten. Dan Kross. Diesmal hat der Satan das Spiel gemacht. Die Teufelsdiener konntest du vernichten. Aber gegen mich wirst du mit deinem lächerlichen Kreuz nichts ausrichten können. Versuch es nur. Es zeigt keine Wirkung auf mich. Mel Temor, du Satan. Du bist Mel Temor. Die Inkarnation des Bösen in Gestalt des schwarzen Cedric hast du dir als Wohnstadt ausgesucht, um das Böse über die Welt zu verbreiten. Und mich hatten sie ausersehen, dich zum Leben zu erwecken. Mein Blut als das siebte Opfer. Dein Weg wäre frei gewesen. Aber nun kannst du mich auch jetzt nicht mehr hindern, Dan Kross. Denn ich werde dich töten. Ich werde dich mit diesem Schwert in Stücke schlagen, sodass niemand mehr erkennen wird, dass du jemals ein menschliches Wesen warst. Der erbte es. Ich sprang auf und warf mich zur Seite, um so den ersten fürchterlichen Schwertieb auszuweichen. Mel Temor war durch die schwere Rüstung nicht so schnell wie ich, aber er war auch durch nichts aufzuhalten. Mit mächtigen Schlägen, die Brocken aus der Wand rissen, die mir splitternd um die Ohren flogen, trieb er mich durch die Gänge. Immer weiter musste ich zurückweichen. Dann war meine Flucht zu Ende. Ich stand in einer Ecke, links und rechts von mir die Sperre und in der Mitte Mel Temor und es gab kein Ausweichen mehr. Auf diesen Moment habe ich gewartet, Dan Kross. Endlich werde ich deinem elenden Leben ein Ende bereiten, auf das die Herrschaft des... Das Wasser war zurückgekehrt. Ein alles blendendes grünes Feuer schoss aus dem Visier des Ritters, er fiel zu Boden und zerfloss zu einer schleimigen Masse. Mel Temor war aus dem Körper des Ritters ausgefahren, denn dieser konnte ihm keine Wohnung mehr sein. Dan, hallo, Dan. Willkommen im Leben. Du hast es geschafft. Du hast sie alle vernichtet. Woher bin ich? Eliza! Du bist schöner als je zuvor. In deinem weißen Kleid. Komm zu mir. Ah! Meine Beine! Was ist mit meinen Beinen? Ich muss jetzt gehen, Dan. Wir werden uns niemals wiedersehen. Du wirst bald wissen, warum. Als ich zwei Wochen später wieder zu Hause war, mein Bein hatte sich inzwischen erholt, machte ich mich daran, das schwarze Buch mit Hilfe meines Computers zu übersetzen. Und dann war mir alles klar. Das Mädchen, das die Mönche geschändet und geopfert hatten, trug den Namen Elisabeth. Elisabeth? Eliza? Sie muss es gewesen sein. Nein. Sie würde ich nie vergessen. Und irgendwie muss mir der Name Elisabeth herausgerutscht sein, denn plötzlich fragte Ataxa. Wer ist Elisabeth denn? Keine Konkurrenz für dich, Ataxa. Keine Konkurrenz. Ich will jetzt sofort wissen, wer Elisabeth ist. Ich will jetzt sofort wissen, wer Elisabeth ist. Aber gut, ich sehe schon, du willst es mir nicht sagen. Dann wirst du auch nie erfahren, wer Pierre ist. Liebe Ataxa, ich verspreche dir, ich werde Elisabeth nie wiedersehen. Also vergiss bitte diesen Pierre auch. Na gut denn, versprochen. Aber du musst dich auch wirklich daran halten. Ganz bestimmt, Ataxa. Denn die Dame war doch wohl etwas zu alt für mich. Denn die Dame war doch wohl etwas zu alt für mich. Denn die Dame war doch wohl etwas zu alt für mich.